Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Mythology. Wir sind jetzt in Kapitel 15, beziehungsweise Mission 15, auf geht's. Die geritten Helden müssen das Stück des Osiris aus Beidors bergen und gleichlich Kempel und Kamos Streitkräfte abwehren. Mal sehen was das wird. An die Mission habe ich nicht mal so wirklich Erinnerungen gerade. Wir müssen das Stück von Osiris zurückerobern, bevor wir verschwinden. Wir müssen uns beeilen. Die Soldaten von Gargarensis und Kemseth werden bald ausrücken. Uns bleiben noch einige Verbündete hier. Nicht alle haben sich Seed zugewandt. Ja, ich habe Freunde hier. Sie werden uns helfen. Ich habe Transportcheffe angefordert, die uns hier abholen. Wir müssen die Stellung halten, bis sie eintreffen. Äh, die Stellung hier halten, oder? Etimus. Malista. Esto. Die Wachen haben uns entdeckt. Die Transportschiffe sind da. Schnell fliehen wir in den Teil der Stadt, den unsere Verbündeten halten. Ich weiß gar nicht, soll ich... Ich denke, ich mache hier erstmal den Hafen hier nochmal weg. Also, man merkt einleitig, was mehr Schaden macht. Nämlich meine Schlachtschild heute. Gargarensis Piratenschiffe direkt hinter uns! Ich finde den Salto irgendwie lustig. Into you. In... Irgendwas ich gerade in dem Zusammenhang mit den Piratenschiffen hier ein bisschen an... Äh... ...Asterix und Obelix, äh... Mission Cleopatra denken. Also den Realfilm. Das war ja mit den Piraten da auch eine sehr lustige Nummer. Gargarensis 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 In... Into you. Gargarensis Willkommen, Arcanthos. Unsere Rohstoffe sind knapp, aber wir kennen die Stadt sehr gut. Wir werden euch helfen, Kemsit das Stück von Osiris zu entreißen. Kemsit hält dieses Stück von Osiris innerhalb der Stadt in Bewegung, um euch zu schützen. Es wird bald wieder in Bewegung sein. Wenn wir den Leuchtturm zerstören, können die Piraten vielleicht nicht in die Bucht segeln. Okay. In die Leuchtturm. In die Leuchtturm. In die Leuchtturm. Kemsit. Ich gehe mal hier erst mal ein bisschen... Gring. Äh, ja. Ich fahre du mir hier erst mal ein Monument auf. Ich baue hier schon mal einen Marktplatz hin. Ich schriffeiers. Ja wo ich komme hin. Was ich... Ich baue hier. Auch wenn ich... Ich baue hier. Ich baue hier. Ich weiß, dass er nicht mehr auf den Kreis ist. In which? Kind. Okay, 500, 500, mhm. In which direct? Kind. Pinito. Okay, ich habe Milch jetzt dazu und ziehen, die dürfen da hin. Gold abbauen. Kind. So. So. Rig. Kid. Am I? In which? Kid. So. So. Äh, was? So. 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 So do it. So. So. Ich könnte ja mal schauen, dass ich hier... Tatsächlich weiß ich gerade nicht, wo... Ich lasse dich mal da mit dran... Okay, was nehme ich da? Ja... Ich gehe mal mit dem F-Test... Inito... Baya... Link... Kind... In... 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 Okay, dort habe ich dann einmal... In... Komm... 225 Gold brauche ich, dann kann ich Bewässerung machen... Ja, das ist doch schön. Immer wenn jetzt einer von mir stirbt, kriege ich dafür Gold. Gehre... In... In... Gehre... Gehre... Herrer... Das war eine Sache... In which? In a joke. In a joke. Beer. In which? Kids? In it or? Kids? I don't know how to do it. um 180 konnte ich aber eigentlich auch relativ schnell sein bekommen dass ich den dann hier aufrüsten kann dann sollte ich gleich mal schauen dass ich nicht so eilig erkannt dass diese stücke wird kämpft wer ich weiß nicht mal wo das ding gerade da ist das gerade ich muss meine definitiv In which... Groh-i-Aka-Wit... In which... Bia... Brig... Groh-i-Aka-Wit... So, einmal den... Inito... Kim... So, da unten war ich einmal dich... An U-I-A-Wit... Da, Yob! Gerek... Inito! Wo bist du? Was hast du gemacht? Nein! Wunderbar! 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 Procesion? Ok. This. Into you. U-E-R. So. In it direct. Kid. In which. So. So. Hier oben war ich dann auch nochmal. Kid. In it direct. Kid. In it direct. Kid. So. Ich gebe euch dann schon mal. Das ist gut. Fast work. Grieg. Are you refer? Here I am. Mhm. Schauen wir doch mal wie... Also gar nicht so mies. Was passiert jetzt gerade. Oh. 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 Englisch. I am. Oh. Oh. Englisch. Kim. Sh. Oh. Ich bin gerade hier dabei, bin mich da nach oben durchzukämpfen. Kommt Leute, ihr müsst kurz zurück hier. Okay, äh, ja, hm. Das hier ist natürlich ganz cool. Mhm. Ich denke, ich gehe aber trotzdem mit dem... ...gegenwaltliche Soldaten, mhm. Ich gehe, ich denke, ich gehe aber trotzdem mit dem Meteor und mit den Phoenixen. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich bin gerade wieder, ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich weiß, das ist noch nicht gebraucht, dann sag ich da noch wieder. Was ist das? Okay, ich kann nicht mehr Häuser bauen. Oh, das ist doch gar nicht. Oh, nein. Ich bin gerade nicht so... Ich bin so mega happy mit dem Ganzen, muss ich eigentlich noch mal sagen. Ich bin so mega happy mit dem Ganzen. Warte mal, vielleicht wäre es klug gewesen, wenn ich dann noch... Egal... Den nehme ich aber auch auf jeden Fall, die schneller sind. So, mit euch... Grieg, IU, U, I, R. Ich dann noch mal da rein. Und hoffe, dass das jetzt diesmal besser und sinnvoller funktioniert. Ich bin so... 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 Einmal ein bisschen da rauf, damit... So, ja, hab ich mir doch irgendwie gedacht, dass ich den da nicht gebaut hatte. Okay, mehr Ressourcen ist schonmal sehr gut. Wenn ich da den weg habe, ist das auch sehr gut. So, ja, gleich. Wie ich bin. So, ja. So, ja.